hallo leute und willkommen zu einem weiteren video von mir beziehungsweise ein kurzes info video in dem ich nur rede erst mal war es gerade ist es irgendwie ein bisschen alles scheiße weil ich habe eigentlich gerade eben 25 minuten aufgenommen und alles erklärt warum keine videos bekommen und keine ahnung als in diese scheiß halt und jetzt gucke ich mir das in camtasia noch mal an ich habe zwar nicht gerendert das muss ich noch mal schauen ich tue das gleich mal rennen dann schaue ich immer noch weil es ist extremst asynchron zum bild extrem und wenn es wirklich an so einem video ist das kostet mir jetzt ein bisschen an weil ich na weil ich glaube irgendeine scheiße klick irgendwas komplett anderes und eigentlich ist das video nicht schlecht geworden ich habe jetzt zwar nicht groß die geilsten sachen gezeigt aber es kam halt extrem viele wichtigen sachen habe ich gesagt ja schreibt man dieses video das geht es relativ schnell zum hochladen auch weil seine audiospur ist dingens ob jetzt trotzdem haben wollt genau wollt ihr trotzdem dieses asynchrone video haben weil es war schon ein bisschen arbeit von mir ich weiß nicht aber es ist wahrscheinlich auch scheiße zum anschauen ich meine ich renne das jetzt gleich mal je nachdem wenn es halt dann nicht mehr achselgründes nach rennen dann hoffe ich zumindest aber das glaube ich auch nicht dann werde ich es auf jeden fall hochladen wenn es nicht asynchron ist aber wenn es asynchron ist dann müsst ihr halt es dann entscheiden ja im prinzip wird es dann so auslaufen und tut dieses video liken wenn ihr so haben wollt wenn ihr es disliked wollt ihr es nicht haben das heißt ähm das geht bis um 18 uhr beziehungsweise ja bis zum 18 uhr äh jetzt ist 13.10 bei mir bis zum 18 uhr ähm wenn dann halt mehr dislex sind dann lade ich es nicht hoch wenn mehr likes sind dann lade ich es hoch und ansonsten also wenn wir es nicht hochladen wird dann tue ich halt immer alles was ich sagen wollte noch mal in einem infovideo wie jetzt gerade eben machen aber keine server und schon das geht halt leider nicht mehr weil ich es gerade eben ja schon gemacht habe ich habe keine lust es noch einmal zu tun ja das war's schon ich will es auch nicht zu lange machen und ja mehr muss ich auch nicht gesagt sagen bis dann Leute dann wird das ist 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 das